Ich finde den Lacklaborant extrem vielseitig. Man hat ein großes Spektrum, was man eigentlich an Aufgaben alles machen kann. Man hat zwar relativ viel mit Chemie zu tun, aber man kommt da ziemlich schnell rein. Ich bin auch nur Realschüler und ich habe eigentlich auch keine Probleme da in der Schule wirklich mit dem Schulstoff mitzukommen.